Wir sind sehr, sehr happy mit der Veranstaltung. Wir haben sehr viele Besucher da. Aktuell sind wir bei 400. Wir rechnen eigentlich noch mit einigen mehr. Und Uliwitz ist auch persönlich da. Das freut uns natürlich auch sehr besonders. Eine große Ehre, Wertschätzung unseren Kunden gegenüber, aber natürlich auch uns gegenüber. Zwei Mal wieder Trinkwerke und irgendwie sind wir jetzt einmal dort angekommen, wo wir hingehen. Ja, es ist ein super Event, muss ich sagen. Ich bin ja selber Winzer von Weingut Hagen. Ich bin sehr begeistert. Viele Leute, sehr interessantes Publikum, super Location und sehr gute Weine, die heute unterwegs sind. Und heute gibt es ja alles von Kulinarik bis zum Wein bis zum Kaffee. Also sehr guter Mix. Also ich fand es eine sehr wundervolle Erfahrung, dass wir das authentische, echte Italien im Ausland zeigen dürfen, dass man ja eigentlich davon nicht mehr kennt. Ich bin zwar Italiener deutscher Muttersprache, aber bei Essen und Trinken bin ich mit 200% Italiener. Und mich freut es immer, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Show aber nicht als Spektakel, sondern das authentische, echte Italien zeigen zu haben. Dafür brauchen wir solche Partner, dafür brauchen wir solche Strukturen, denn selber wäre es für uns einfach unmöglich zu organisieren und somit könnte uns auch diese Botschaft niemand zuhören. Ja, es ist einfach unglaublich. Es ist wirklich sehr toll. Man hat die Gelegenheit, so viele verschiedene Menschen kennenzulernen und denen wirklich die eigene Leidenschaft zu zeigen und wiederzugeben. Also für mich ist das ganz toll. Ich bin sehr dankbar der Firma Java, dass sie mir das ermöglicht hier. Ja, es ist ein sehr gutes Event. Also ganz aktuell, was man sehr gut mit dem Java-Café machen kann, ist zum Beispiel Espresso Tonic. Gleich ein ganz einfacher Cocktail, der aber unglaublich gut schmeckt. Eiswürfeln Tonic und einfach einen schönen Espresso drauf rinnen lassen. Wirklich eine Geschmacksexplosion im Mund und wirklich ein Testwert, eine Probewert. Also die Vorteile sehe ich in dem Sinne, dass man die Kunden wieder mal, die man lange nicht getroffen hat oder vom Außerhalb kommen, dass man sie wieder mal trifft und auch natürlich auch neue Kunden akquirieren kann. Ja, es ist eine sehr schöne Messe. Es hat gute Aussteller, gute Qualität. Ich habe schon ein paar Bekannte getroffen, die auch ausstellen und muss sagen, es ist optimal. Es ist ein großartiges Erlebnis natürlich. Was die Firma Pfeifferi auf die Füße steht, ist glaube ich für Linz und die Umgebung einzigartig. Es ist das Angebot von Österreich, Italien, Spanien, quer durch die Welt. Sie sehen es aber glaube ich auch an Besuch, dass die Sache hier sehr, sehr gut angenommen wird. Die Vielfalt braucht es aus natürlich und darüber hinaus geht dann auch nicht nur Wein, sondern es gibt auch andere Gedenken wie Bier, Spöhe, Dosen, Kaffee nicht zu vergessen, eine ganz neue Sorte Kaffee, die hier im Spiel ist und das zeichnet die Familie und auch das Unternehmen Pfeiffer aus. Wer weiß, wo wir nächstes Jahr hingehen, mal schauen, vielleicht wechseln wir wieder das Bundesland, damit auch andere Kunden den Heimverteil genießen können. Also ich würde mal sagen, die Pur ist und sollte und wird ein fixer Bestandteil in der österreichischen Weinszene und wir sind glücklich, dass es sie gibt. Also von meinem Gefühl her ein geniales Fest von Pfeiffer. Also wir sind die Kunden von Pfeiffer und wir sind eigentlich recht begeistert. Also sehr viele Winzer, da sind sehr viele Freunde von uns, sehr viele Winzer, die wir schon seit 20 Jahren kennen. Wir haben ein Lokal und es ist einfach schön da zu sein. Es ist sehr positiv, wenn wir lauter Fachleute hier haben und diese Fachleute auch kompetent sind und wir können unsere regionalen Produkte, die von Österreich stammen, auch dementsprechend präsentieren, erklären, direkt den Kontakt herstellen, beraten, dass wir in Österreich sehr hochwertige Produkte haben. Kompetent, perfekt organisiert, alles schön gebündelt. Ja, wir sind das erste Mal dabei und wir sind ganz begeistert von dem Fachbuch bekommen und auch von der Menge an Besuchern. Also für uns ist es ganz positiv. Also mit einem Satz würde ich sagen, nur Profis auf einem kleinen Raum. Premium Qualität für Premium Kunden exklusiv für die Gastronomie und Hotellerie. Weinkompetenz an einem Platz mit extrem vielen guten Gastronomen und da trifft sich sozusagen das Know-how des Verkäufers mit dem Know-how des Produzenten und das ist einfach schön. Und wir aus CNC Pfeiffer und Trinkberg dürfen Vermittler spielen und das machen wir am liebsten. Wir sind gerne Gastgeber und schauen, dass gute Leute zusammenkommen. Ab zum Foto. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, schön. Vielen Dank, schön. Vielen Dank, schön. Vielen Dank. Vielen Dank.